Sie hören, Shell Eriksson. Ein Fall für Ann Lindell. Band 9, Die Totenuhr. Aus dem Schwedischen von Gabriele Harfs. Gelesen von Rebecca Madita Hund. Erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbau Verlage. Mai 2015 Du kannst nicht entkommen. Dieser Gedanke war erregend. In ihm lagen Angst und Macht. In dem Gefühl, die absolute Macht über einen anderen Menschen zu haben, lag auch die Angst. Wie bei dem Henker, der die Hände um die zum Hieb erhobene Axt geschlossen hat. Die Blutspur zeigte den Weg. Kleine, aber verräterische dunkle Tropfen auf Moos und Laub. Noch feucht glänzend. Wie ein ins Wasser gefallener Hund, dessen Spürsinn ausgeschaltet worden ist, war er losgetaumelt. Aber die Frage war, wie lange seine Kräfte reichen würden. Zehn Minuten vielleicht. Höchstens eine Viertelstunde. Das Terrain war überwuchert und unwegsam, und wohin hätte er sich wenden sollen? Wenn er zum Strand hinunterginge, würde er von Geröll und Weißdorngestrüpp empfangen werden, und wenn er auf die Idee käme, ins Wasser zu gehen, wäre er unwiderruflich verloren. Hoffte er auf Gnade? Vielleicht. Es dauerte 25 Minuten, ihn zu finden. Eine überraschend lange Zeit, wenn man bedenkt, wie stark er verletzt war. Halbliegend an einer schiefgewachsenen, windgebeutelten Föhre. Sein Kopf hing herab, die Hände lagen überkreuzt auf dem Bauch, wo der zweite Hieb ihn getroffen hatte. Es war ein schönes Bild, wie die Sonne des späten Nachmittags seine Gestalt einrahmte. Es hätte ein Gemälde von Oskar Bergmann sein können, wenn man sich also den Sterbenden wegdachte. Bald würde er verschwunden sein, und damit wäre das Werk vollendet. Er hob den Kopf. Alle Menschlichkeit schien aus seinem ausdruckslosen Gesicht getilgt zu sein, die Augenlider flatterten. In den Augen gab es nichts mehr, keine Angst, keine Hoffnung auf Versöhnung oder auch nur Gnade. Er war im Grunde schon tot, und das wusste er, und er wusste warum. Für einen Moment konnte man sich zu dem Glauben verleiten lassen, dass er es so wollte. Auf der Überfahrt zur Insel waren nicht viele Worte gefallen. Es war eine Insel, die beide sehr gut kannten, zu der keine Kommentare nötig waren. Es war wie eine alltägliche Tour mit einer U-Bahn-Linie in Stockholm oder mit dem Fernbus von Arländer nach Oehrregründ. Eine Fahrt, die erledigt werden musste. Es war kein Problem gewesen, ihn ins Boot zu locken, durch die Bucht in dem Glauben auf Vergessen und Vergeben. »Geh weiter«, hatte er noch einmal gesagt, »und genickt«, der Idiot. Erst als ihn der Hieb im Nacken getroffen hatte und er herumfuhr, nur um sich dem zweiten Angriff zu stellen, dem entscheidenden, hatte er begriffen. Es ging um das Messer. Ein Messer bedeutete eine Nähe, die eine Schusswaffe niemals geben konnte. Ein Messer wurde hineingerammt und blieb dort für einen Moment oder für immer. Darin lagen die Kraft, die Entschlossenheit. Jetzt saß er da. Blut, das aus dem Mund quoll, blasen die Barsten. Die Augen, die plötzlich weit aufgerissen waren, die Hände, die nach vorn griffen, als ob er eine Stütze suchte, um sich aufzurichten. Spürte er, dass der Tod zupackte? Das Messer umdrehte? Passierte es jetzt? War das der Übergang? Es war kein schöner Anblick. Die Wangen hatten all ihren Glanz verloren. Und die vorher so frische Sonnenbräune war verblasst. Die Bartstoppeln, die er immer für sexy gehalten hatte, wirkten nunmehr spärlich und starr. Die jetzt halbgeschlossenen Augen starrten in eine ewige Finsternis. Und zwischen den malmenden Kiefern war die Zunge wie ein widerliches, weitwundes Tier zu erahnen. Für einen Moment war der Schatten von etwas zu sehen, bei dem es sich um Zweifel handeln mochte. Aber es war eher wie ein Hauch von Unlust, ein Kräuseln auf dem Wasser der Bucht. Auf seinen Leichnam zu pissen, was als endgültige Erniedrigung gedacht gewesen war, war plötzlich nicht mehr wichtig. Jetzt galt es, sich zusammenzureißen, weiterzugehen. Er lag im Sterben, war gestorben. So sollte es sein. Ich bin nicht verrückt. Das war laut und deutlich zu hören. Jede Silbe wurde mit einer Überzeugung herausgepresst, die ein Lächeln hervorlockte. Ein Lächeln wie früher. Die Süße des Sieges. Die Freunde hatten gesagt, dein Lächeln kann alles bezwingen. Er schlug die Augen auf. Die Lippen bewegten sich. Vielleicht wollte er etwas über das Siegeslächeln sagen, das Letzte, was er im Leben sah. Es war schwer und anstrengend, ihn zum Strand und dann ins Boot zu schaffen, aber das Tempo half, das pure Adrenalin. Ohne weiteres Getue wurde er über Bord gehievt, wie ein alter Sack mit verrostetem Schrott aus einem Stall, der im Meer entsorgt wird. Ein Arm beschrieb einen Bogen in Richtung Himmelsgewölbe, wie in einem letzten Gruß. Innerhalb weniger Sekunden hatte das schwarze Wasser ihn verschlungen. Das Letzte, was noch zu sehen war, war sein weißes Hemd. Es war ein guter Tag. Ein schöner Tag. Jetzt konnte das Leben weitergehen. August 2019 Alles hatte in Lissabon angefangen. Anne Lindell war ab und zu von dem Gedanken überwältigt, wie sich das Leben von Zufällen lenken ließ. Ein Glas Wein in einem Parkcafé, ein ehemaliger Kollege, der sich unerwartet zu erkennen gab und mehrere Anzeichen von Fixierung und Verwirrung zeigte. Und schon saß man fest. Warum? Hatte Edward wissen wollen. Anne hatte gelacht. Ja, warum? Warum bist du vor 20 Jahren in meinen Dienstraum bei der Polizei in Ypsola gekommen? Weil ich im Wald eine Leiche gefunden hatte, lautete Edwards selbstverständliche Antwort. Es war Mord, aber eine Frau, die vor einigen Jahren von Gräse verschwunden ist, und das vermutlich aus freien Stücken. Warum willst du dir darüber den Kopf zerbrechen? Dieser Edward Riesberg, der zu ihrer großen Qual geworden war, aber auch zu ihrer großen Liebe. Nun saßen sie einander gegenüber an seinem Küchentisch. Beide mittleren Alters, von der Zeit gezeichnet, wie ein Paar. Sie streckte die Hand aus und Natürlich hast du recht, das müsste mir total egal sein, aber es gibt Dinge, die mich nicht in Ruhe lassen, wenn jemand verschwindet zum Beispiel. Betrachte es als Gehirnjogging. Und dann habe ich auch einen Grund, auf Gräse zu sein. Auf deiner Insel. Cecilia Karlsons Insel. Die Insel, von der oder zu der man verschwindet. Edward sah sie einen Moment lang an. Dann schaute er wieder hinaus auf den Hofplatz. Liebt er mich, war der Gedanke, der ihr durch den Kopf schoss und die alte Unruhe erwachte. Wie zur Antwort drehte er seine kräftige Hand um und griff nach ihrer Schmalen. Es war keine Liebeserklärung, aber doch ein Zeichen von Vertrauen, von Vertraulichkeit. Sie sehnte sich nach einem Glas Wein, wusste aber, dass das unmöglich war. Verstohlen musterte sie ihn. Vieles musste verstohlen geschehen oder gar nicht. Aber nicht auf eine negative Art und Weise. Es geschah eher aus einer Rücksichtnahme, die sie gelernt hatte. Ab und zu reduzierte sie ihre eigene Bedeutung, trat einen Schritt zurück. Der Gewinn lag auf der Hand. Hätte sie erzählen sollen, dass sie selbst eine Cecilia gemacht hatte? Und zwar, als sie Edward noch nicht kannte. Als sie ungefähr so alt gewesen war wie Cecilia. Aber es war nicht die Rede von mehreren Jahren und von Südeuropa gewesen. Sondern von Kopenhagen und zwei Wochen. Danach musste es reichen, hatte Ottosson gemeint, ihr Chef bei der Gewalt. Und er hatte einen pensionierten Kollegen vom Betrug losgeschickt, der handgreiflich für ihre Rückkehr nach Uppsala sorgte. Ottosson kehrte die ganze Sache unter den Teppich. Versuchte, Gerede und Schaden zu begrenzen. Das hatte er später noch mehrmals wiederholen müssen. Es gab ein schwarzes Loch in ihrem Leben, in dem vieles hätte verschwinden können. Nicht zuletzt ihre Karriere bei der Polizei. Sie hatte zwei Wochen in den Straßen von Kopenhagen gehabt. Niemals zuvor oder danach war sie so viel spazieren gegangen. Aber was war passiert? Was hatte sie dazu gebracht, aufzubrechen, unterzutauchen? Das wusste sie noch immer nicht ganz genau. Edward würde es vielleicht nicht verstehen. Doch, sagte sie sich. Er hatte ja auch alles aufgegeben und sich nach Gräse abgesetzt. Es lag vielleicht in der Natur mancher Menschen, aufzubrechen, um nicht zu zerbrechen. Anne wollte Cecilia kennenlernen. War es so einfach? Das war's. Ich musste mich auf ihren Augen, aber es auch schon wiederholt. Ich mache mich auf die Öffnung. Es steigt die Verkw were. Vielen Dank.